Wenn Sie an die Phase der Fertigstellung Ihrer Bachelorarbeit nachdenken, wie sind Sie da vorgegangen? Also eben, wie ich gesagt habe, das meiste war schon fertig. Also nachdem ich dann ein Kapitel runtergeschrieben hatte, hat sich nicht mehr gar so viel dann bei der Fertigstellung verändert, weil ich eben schon von vornherein darauf geachtet habe, dass das alles Sinn macht, was ich mache. Und ich habe dann schon sprachlich daran wieder ein bisschen gearbeitet, aber die Struktur, also daran habe ich dann nichts mehr geändert wirklich. Ich habe viele Wortwiederholungen drin gehabt und dann eben wieder Synonymsuche, das halt irgendwie umgangen. Und wie bin ich sonst vorgegangen? Ja, ich habe es dann halt meinem Bachelorarbeitsbetreuer geschickt, der hat mir dann halt hier und da ein paar Vorschläge gemacht, was ich besser machen kann. Die habe ich dann halt eingebunden und dann war das Ding eigentlich schon fertig. Beim Fertigstellen der Bachelorarbeit gehe ich eben noch einmal durch den ganzen Text durch, schaue mir, also allgemein beim Schreiben der Bachelorarbeit ist es meistens so, dass ich quasi während ich im Hauptteil schreibe, schon erste Sätze für mich finde, die ich dann schon in das Conclusio rübergebe. Und am Ende gehe ich eben noch einmal alles durch im Hauptteil, definiere das Conclusio für mich genauer und gebe eigentlich die Arbeit dann immer noch mal aus der Hand und lasse sie eine andere Person gegenlesen. Meistens waren das immer Studienkollegen, dass man sich eben gegenseitig ausgetauscht hat. Wenn mehr Zeit, also es ist der Zeitfaktor, wenn mehr Zeit da ist, dann eben oft gegenlesen, auch mit jetzt Schreibfehler und so weiter. Aber wenn die Zeit knapp war, was ich immer empfehlen würde und was ich selbst auch immer gemacht habe, ist, dass man wenigstens das Conclusio entgegenlesen lässt, weil man wird irgendwann schon so betriebsblind, dass man gewisse logische Fehler oder Satzkonstruktionen, die für einen selbst wirklich logisch wirken oder eigentlich mitteilen, was man sich denkt, aber wo eine andere Person einen sehr gut darauf hinweisen kann, dass das eigentlich ein bisschen anders auch formuliert werden könnte. Also ich habe wirklich nicht viel gemacht, als ich die Bachelorarbeit, also als ich dabei war, die Bachelorarbeit fertigzustellen. Für mich war klar, dass es einen fließenden Übergang zum Masterstudium geben wird. Und damit waren die nächsten Schritte für mich schon klar. Und es war für mich nicht mehr so wichtig, wahnsinnig viel Zeit mit der Bachelorarbeit zu verbringen. Ja, was natürlich noch passiert ist, ist, dass ich mit meinem Betreuer nochmal über die Arbeit gesprochen habe und dass wir nochmal ein bisschen Punkte angesprochen haben, die man hätte anders formulieren können, die man hätte anders angehen können. Ja, aber viel mehr ist dann nicht mehr passiert als das. Ja, also wenn man mal fertig ist, sollte man es unbedingt mal irgendwie einen Tag oder so liegen lassen und sich einfach mal Zeit nehmen, irgendwas anderes tun, bevor man es sich noch mal anschaut und drüber geht, weil man dann halt irgendwie nicht so noch diese Vorstellungen aus dem Schreibprozess hat, warum man das jetzt so und so gemacht hat und das irgendwie mit frischen Augen selber ansehen kann. Und sonst ist es natürlich, also ich glaube, ich habe das bei jeder Seminararbeit gemacht, wo ich nicht irgendwie die Deadline absolut ausgereizt hatte. Ich glaube, selbst bei den Seminararbeiten, wo ich Deadlines überschritten hatte oder so und eine Verlängerung oder so beantragt hatte, der Abgabefrist, habe ich immer geschaut, dass ich irgendwie zumindest einen meiner Kollegen von der Uni da drüber schauen lasse. Einfach auch, um zu wissen, ob das jetzt irgendwie verständlich ist, also ob ich nicht irgendwo einfach einen groben Denkfehler drinnen habe, der halt für mich nicht nicht sichtbar ist, weil ich das ja verfasst habe und das ja meine Denkweise repräsentiert. Also das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich lernen sollte. Also zumindest auch in den sozialwissenschaftlichen Studien, wo ich herkomme, ist das eigentlich also so ein quasi Peer Review durch die Mitstudenten. Würde ich nie eine Arbeit abgeben, ohne das nicht gemacht zu haben. Also da habe ich auch irgendwie meine Gruppe an Leuten, denen ich das dann schicke und irgendwer wird schon die Zeit finden, um das dann noch, bevor man es abgeben muss, durchzugehen und auch irgendwie kleine Fehler zu korrigieren. Es ist selber immer recht schwer, dann so 20 Seiten und mehr durchzulesen, die man selber verfasst hat, weil das sehr viel ist und man es ja geschrieben hat und weiß, was kommt. Und dann fallen einem auch irgendwie so, weiß ich nicht, sprachliche Fehler oder sowas nicht auf. Also das würde ich nie nicht tun, es jemanden zur Überprüfung schicken und dann auch einfach das Feedback annehmen. Also man muss ja dann nicht mit allem immer unbedingt einverstanden sein, aber man sollte wissen, wie der Text bei anderen ankommt. Das halte ich für sehr wichtig. Also da auch am besten irgendwie die Leute, die man kennt, mit denen man sich gut versteht. Ich schicke das auch gerne mal an fachfremde Leute, nicht unbedingt immer nur an Leute aus dem Studium, um zu sehen, wie das jetzt irgendwie ankommt bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt dasselbe Hintergrundwissen haben, ob das auch für die verständlich ist. Also jetzt gerade, seit neuestem arbeite ich viel mit Google Drive, also so Cloud-Schreibprogrammen. Da ist das immer das Einfachste, dass ich dann halt einfach die Person, die ich drüber lesen lasse, ihnen halt so Kommentierrechte gebe, dass sie dann auch, wenn sie irgendwo eine konkrete Passage haben, genau die anstreichen können elektronisch. Und dann versuche ich halt darauf einzugehen, also dann spreche ich mit denen, was sie damit meinen und wie ich das jetzt ihrer Meinung nach verbessern könnte. sind ja auch meine Kollegen und die haben ja auch ein gewisses Know-how und da vertraue ich darauf, dass sie mir halt auch Tipps geben, die sie eben auch hören wollen würden, wenn ich ihre Arbeit feedbacke. Ja, also das versuche ich wirklich darauf einzugehen und das einzuarbeiten, weil genau deswegen habe ich es ihnen ja gegeben, damit sie mir die Schwächen des Textes aufzeigen. Nein, danke. Untertitelung des ZDF, 2020